Stefan, mit was möchtest du eigentlich dein Auto? Ja, also ich nehme jetzt schon seit Jahren Priel, weil der ganze Quatsch, da blickt ja auch keiner mehr durch mit diesem ganzen Jambus und hiermit läuft es wirklich einwandfrei. Das Auto ist sauber. Ich mag es auch, wenn der Lack ein bisschen rauer ist, wenn das ihn so ein bisschen angreift und deshalb nehme ich hier Priel auch für eingebrannte Sachen ganz gut. Ah, okay, also das läuft. Wunderbar. Damit du auch die Fettkruste vom Braten vom Auto kriegst. Genau. Kennt man ja das Problem. Ja, ich mache mir Würstchen auf dem Auto. Achso, ja, gut. Herzlich willkommen zu Detailing Christmas Countdown. Heute mit dem Stefan und dem Jens. Ja, und heute haben wir uns ein Thema ausgedacht, bei dem keiner mehr durchblickt. Vielleicht, aber es ist doch eigentlich relativ einfach, wenn man mal so einen ganz groben Überblick bekommt. Und um was geht es? Ja, also wir haben jetzt hier zum Beispiel drei Shampoos aufgestellt und die Frage ist halt, mit welchem Shampoo wasche ich mein Auto? Dazu ist natürlich erstmal wichtig, was ist mit eurem Auto zuvor geschehen? Ist es gewachst, ist es keramisch versiegelt oder was ist damit passiert? Ja, und jetzt haben wir hier drei Kandidaten stehen. G-Wash und G-Technik. Einmal das Sour Wash von Reflected und einmal hier von Maguire das Ultimate Wash & Wax. Genau. Ja, wir haben mal die drei klassische rausgesucht und einfach anhand derer zeigen wir mal, worauf ihr achten solltet bei der Wahl des Shampoos für die Handwäsche. Ja, wenn das Auto keramisch versiegelt ist, dann meiner Meinung nach gibt es zwei Klassiker. Das ist einmal G-Wash pH neutral bzw. G-Wash ist der Klassiker dafür. Und ganz neu auf dem Markt gibt es das Sour Wash. G-Wash ist ein tensidebasiertes pH- neutrales Waschshampoo, was wunderbar funktioniert, wenn das Auto keramisch, also mit der Glaskeramik, also mit einer langfristigen Keramikversiegelung, man sagt ja mittlerweile Keramikbeschichtung, dann ist G-Wash dafür sehr, sehr gut geeignet. Hohe Reinigungskraft, trotzdem pH neutral und von daher ein sehr, sehr gutes, ergiebiges, sparsames Shampoo, mit dem wir mit einem leichten Kirschgeruch drin, mit dem man also dieses keramisch versiegelte Fahrzeug ideal waschen kann. Und jetzt gibt es etwas Neue, mit einem, ich glaube Limette, Erdbeerduft ist die Bezeichnung von Reflected, also das heißt von Benedikt Stelzner, das ist der Sour Wash, weil es halt so ist, dass sich das Fahrzeug unter Umständen, je nachdem wie man wäscht, was man für eine Wasserqualität hat, keramisch versiegelte Fahrzeuge, diese Berge und Täler sich irgendwann zusetzen oder zusetzen können mit Verkalkung, das heißt mit mineralischen Ablagerungen. Und um die loszuwerden, kann man das Sour Wash einsetzen. Es gibt bei uns im Sortiment noch ein weiteres Produkt, was es kann von Labo Cosmetica, was auch ein saures Shampoo ist, aber wie gesagt zurzeit nicht lieferbar. Lieferbar ist aber das Sour Wash. Jetzt könnt ihr überlegen, setze ich das immer ein, weil jeder Fahrzeug, welches bei einem keramikversiegelten Fahrzeug, ist schon sinnvoll oder verwende ich dieses saure Waschshampoo nur, wenn es jetzt unbedingt notwendig ist. Das kann einem im Grunde genommen jeder selber entscheiden, weil jede normale Keramikbeschichtung, muss ein bisschen aufpassen mit dem Begriff, Keramikbeschichtung hat mit einem sauren Shampoo pH-Wert ungefähr 3,5 keine Probleme. So, jetzt muss man aber dazu sagen, es gibt natürlich auch Sprühversiegelungen oder Fahrzeuge, die halt keine Keramikbeschichtung drauf haben, langfristige Keramikversiegelung, sondern nur eine Sprühversiegelung. Da würde ich dann auch eher zum pH-neutralen, Tenside-basierten Shampoo von G-Wash greifen und würde das vielleicht weniger verwenden. Wenn ich mein Fahrzeug sowieso regelmäßig an der Waschbox wasche und dort Osmosewasser da ist, ist die Verkalkungsgefahr auch etwas geringer. Klar, die entsteht auch einfach durch die Benutzung beziehungsweise auch durch den Straßenschmutz, der sich ablagert oder auf den Lack setzt und da ist dann auch wieder sinnvoll, das saure Shampoo einzusetzen. Also wie gesagt, das sind so die zwei Spielwiesen, aber bei einer Sprühversiegelung auf jeden Fall eher ein pH-neutrales Shampoo. Ja, jetzt sagst du es ja schon ganz richtig, pH-neutral. Jetzt wissen ja die meisten auch, dass ich zum Beispiel, wenn ich ein Auto habe, was mit Wachs versiegelt ist, kann ich dann auch jedes pH-neutrale Shampoo einsetzen, wie zum Beispiel jetzt Skitechnik oder gibt es da auch wieder Unterschiede? Ja, also die Tenside-basierten Produkte, so ganz grob, ohne jetzt in die Details einzusteigen, wie das G-Technik, G-Wash oder auch andere pH-neutrale Shampoos, auch von Sonax zum Beispiel, den Schaum, den man ja auch als Shampoo verwenden kann, Active Foam zum Beispiel. Also alle Tenside-basierten Produkte sind meiner Meinung nach für naturbelassen oder naturnahe Kanaubawachse nicht so ideal, weil auch die Tenside in der Lage sind, dieses Wachs anzugreifen. Deshalb wäre in so einem Fall dann eher ein Produkt, was pH-neutral ist und vielleicht sogar noch das Wachs ergänzt oder das Wachs noch erneuert oder aufricht, wie zum Beispiel von der Firma Maguiers das Ultimate Wash Entwecks. Es gibt noch viele, viele weitere Produkte, aber das ist so ein Klassiker, wenn man ein gewachstes Auto hat, dann kann man das verwenden. Es gibt noch Pacific Blue von Surf City Garage, es gibt von Zümöl ganz spezielle Wachse, die ausgelegt sind für die Zümöl, nahezu 100% naturbelassenen Autowachse. Die haben wir auch alle im Programm und somit kann man dann, greift man dann eher zu einem solchen Produkt. Jetzt muss man dazu sagen, dieser Wachsanteil, der in diesen Shampoos drin ist, hat jetzt nicht primär den Zweck, diese Wachsschicht zu stabilisieren oder zu reaktivieren oder aufzufrischen, sondern es geht auch darum, dass die Schmutzpartikel eingehüllt werden. Also auch das leisten diese Wachsanteile, die hier drin sind, ist jetzt manchmal kanaubar drin. Manchmal ist es aber auch ein synthetisches Wachs, aber vom Prinzip her sind das praktisch Waschprodukte, die ausgelegt sind, speziell für Wachse. Die haben wir auch bei uns alle im Programm und deshalb ist es sinnvoller, dort ein solches Produkt zu nehmen. So, damit denke ich, ist das soweit klar, wann man was einsetzt. Wunderbar, danke für die Aufklärung. Dann haben wir ja noch ein Gewinnspiel, oder? Genau, wir haben ein Gewinnspiel und zwar könnt ihr einfach unten in die Kommentare reinschreiben, welche Art von Shampoo wäre denn für euch interessant und wieso und weshalb ihr der Meinung seid, dass ihr damit gut bedient seid. Also G-Wash, pH-neutral, Tensil-basiert, Sour Wash, saures Shampoo, ideal für keramisch beschichtete Fahrzeuge und Ultimate Wash & Wax für Fahrzeuge, die gewachst sind oder auch die eine entsprechende Sprühversiegelung drauf haben. Wie gesagt, wenn ihr das unten reinschreibt, könnt ihr davon jeweils ein Shampoo gewinnen und wir tun das ergänzen mit unserem Bone Shampoo, also mit unserem Waschknochen, Waschbett und dem Silgy Coral, Tuch, damit ihr das Ganze auch dann wieder schön abtrocknen könnt. Das führt jetzt noch mal dazu, vielleicht noch mal eine kurze Information, die wir immer wieder gefragt werden, von denen in die Frischen, die Autopflege einsteigen, was kann ich denn machen, damit ich mit meinen ganzen Utensilien da an der Waschbock akzeptiert werde, beziehungsweise da steht dann drauf, nicht mit eigenen Mitteln ankommen oder entsprechende Hinweise. Vielleicht mal so als ein kleiner Tipp, die Chemikalien, die wir hier verkaufen, beziehungsweise die Waschprodukte, die zum Einsatz kommen, sind eigentlich für einen Waschanlagenbetreiber oder für einen Waschparkbetreiber kein großes Problem. Was der, um was es dem eigentlich geht, ist, dass ihr als Handwaschenthusiast nicht sehr, sehr lange die Box von ihnen belegt, besonders wenn viel Betrieb ist. Wenn ihr abends dort ankommt oder auch nachts, ich glaube, in Limburg gibt es jetzt auch einen Waschpark mit 24 Stunden Betrieb, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Das kann man dann auch gerne mal nachfragen. Aber wie gesagt, das so als Hinweis, wenn man außerhalb der normalen Waschzeit wächt, dann kann man dort auch viel Freude haben mit den eigenen Produkten, die man mitbringt und man fällt nicht unangenehm auf und man lernt auch Leute kennen, die vielleicht genau das gleiche Hobby teilen. Genau, ja. Ja, und das soll es gewesen sein. Detailing Christmas Countdown Nummer 9 mit einem schönen Gewinnspiel. Ich empfehle das Ganze weiter. Wir werden am Montag anfangen mit den Auslosungen und in diesem Sinne einen schönen vierten Advent schon. Genau. Also dann. Macht's gut. Tschau. Tschau. Musik Untertitelung des ZDF, 2020